Hallo, ich bin Maxim. Anni. Ich bin Kami. Kim. Mein Name ist Alessia. Laura. Ich bin Jane. Maren. Ricardo. Lena. Hi, mein Name ist Luisa. Ich habe seit fast zwölf Jahren MS. Ich bin Transgender. Irgendwas war immer wegen meiner Größe. Ich habe früher mal eine Essstörung gehabt. Mir hat jemand mit der Faust so ins Gesicht geschlagen. Ich wollte sein wie die anderen, aber irgendwie wurde ich damit immer wieder runtergedrückt. Der ständige Außenseiter zu sein, ist echt schwer und man findet dadurch noch schlechter irgendwo seine Rolle. Die Leute sagen dir ins Gesicht, was sie von dir halten oder von deinem Auftreten halten. Ich habe damals versucht, mir das Leben zu nehmen. Hier wurde schon mal mit Müll geworfen. Ich konnte es nie jemandem recht machen. Man merkt schon, dass man irgendwie im Alltag ausgeschlossen wird. Warum kann ich nicht normal sein? Ich wollte auch nie jemand sein, der sich von anderen kleinkriegen lässt oder Angst vor anderen hat. Anders heißt nicht gleich immer schlecht. Hauptsache, man ist sich treu, man macht sein Ding. Auf dem Cover strahlt einem schon so ein Gesicht entgegen, wo alles perfekt ist. Und dann dachte man immer so, ja, verdammt. Ich selber entscheide, das ist für mich schön. Ich habe gelernt, wegzuhören, Idioten einfach zu ignorieren. Mir gibt es einfach Kraft, selber entscheiden zu können, wer ich bin. Wichtig ist, dass man an sich selbst glaubt. Man ist perfekt, wie man ist und wenn man jetzt ein bisschen anders aussieht. Mensch ist Mensch. Wenn ihr anders seid, durch ein Defizit oder sonst was oder ihr lacht komisch, ihr seid trotzdem wunderschön. Und gerade das macht einen Menschen aus. Daran erkennt man dich und das ist dein Image. Nur gemeinsam sind wir stark. Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh And you don't have to change a thing The world could change, our heart No scars and you're beautiful We're stars and we're beautiful Untertitelung des ZDF für funk, 2017